Ist so ein erbärmlicher. Hier, dich diebäckig, du Hunde. So ein Aller, du kannst meine Eier lecken. Ein Magazin. So viele Nachteile. Weiß ich nicht, er schreckt mich immer ab, das Ding dann zu benutzen. Ich hab jetzt zwar nicht gesehen, was da stand, aber ich stell mir mal vor, das Positive war Magazinkapazität ist höher. Die Nachteile waren dann, glaube ich, weniger Movement, längere Nachladezeiten, höherer Rückstoß und schlag mich tot. Ja, Lappen! Charly, Charly! Hier ist da noch ein roter Punkt. Doppelkill. Oh, brauchen wir Medizin, äh, Munition. Schmeiß hin! Jungs, hier, Munition! Gut. Der Herr sagt wenigstens, ich bin hinter dir und nicht hinter dir. Dann denke ich mir eben das mal. Ey, hinter mir. Nade raus! Voll gegen die Scheiß! Gegen den Scheiß LKW gef... Oh, meine Nade, die hätte... Die hab ich... Das wär's gewesen. Die hätte gekillt, das glaubt man. Oh, noch gut, dass ich nicht so weit vorgelaufen bin. Danke, mein Bester, der hast dich geopfert. Aber ich hab ja vorhin auch nur aufs Maul gekriegt mit den Granaten. Lass mich in Ruhe. Feinkontakt! Da unten ist ne Mina! Yes! Einer hab ich noch zu rissen. Einfach wild rumfuchteln mit der Knarre! Einfach wild rumfuchteln! Irgendwas triffst du dann schon. Ist egal, wenn ich in das Fenster gucke, erschießt du mich aus dem und wenn ich in das gucke, erschießt du mich durch die Tür. Oh! 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 Du bist... Du bist... Mann, Alter, man... Man... Kommt ja gar nicht... Man wird ja gar nicht Herr der Situation, Junge. Während sich hier draußen die Leute die Köpfe einschießen, fahren die da... Fahren die auf ihrer Rennbahn. Ich bin bei... Bravo! Bravo wird gesichert. Zielobjekt Charlie ist... Zurückerobern! Fick! Selten... ...der alte Matze so rumgeschrieben in einem Spiel. Aber COD hat mich schon immer zum Ausrasten gebracht. Nur habt ihr es nie mitbekommen, weil ich es in meinem stillen Kämmerchen gemacht habe. Na, ein Video gibt es. Ein Video gibt es, wo ich komplett ausraste. Oh, hier, die hörnverbrannten. Vollidioten. Alter, willst du mein Auto oder was? Da wollen wir meine Karre klauen. Los, den knallen wir ab. Achtung, hier, die wollen alle unsere Autos klauen. Legt sie um! Ich sagte umlegen! Wo geht's denn hier raus? Bitteschön! So, in die Richtung. Mehrere bewegliche Ziele! Deine Mutter ist ein bewegliches Ziel, Alter! Ich muss heute unbedingt noch irgendwas Sanftes spielen. Was gibt's denn? Was kann man Sanftes spielen? Das regt mich alles auf. Selbst Mensch, ärgere dich nicht. Kann ich nicht spielen. Ich kann gar nichts spielen. Wo kommen die jetzt schon wieder von der hin? Langsam krieg ich die Motten! Ich weiß nicht mehr. Ich hab jetzt irgendwie die Orientierung. Von welcher Seite kommen die jetzt? Da sind blaue Punkte. Hier liegen tote Menschen von uns. Man weiß es nicht. Ach, das kann jetzt nicht. Oh, Halt's Maul, Alter! Ich lösche das Spiel gleich. Ich hab mir einen Kill verdient, weißt du? Und der Pisspot kommt und knallt mich ab, Alter. Ich lauf mir hier, das macht den Arsch ab. Ohne Witz. Und dann kommt so eine Ranzratte angeschissen und killt mich dort, Alter. Das gibt's doch gar nicht. Yes! Weg bist du! Ab Level 55. Was kann man da machen? Was kann man da machen? So. Ich weiß nicht, in welche Richtung ich laufen muss. Weiß ich nicht. Kann ich noch? Nee, den Sound haben sie noch nicht. Nee. Die haben wohl jetzt erstmal... Kann ich auch durch die Kiste schießen? Irgendwie nicht. Die haben wohl jetzt erstmal das... Wie sagt doch? Den Netcode irgendwie in Angriff genommen, glaube ich. Um diese Desync zu minimieren. Der Sound wird noch eine Weile bleiben. Legst du nahe oder was ist da los? Ich gehe in mich und bin eins mit dem Spiel. Ich habe einen mit der Granate umgebracht. Ein Wunder ist geschehen. Ich wurde erhört. Das war aber auch mit Achenkrach. Aber das war auch mit Achenkrach. Es ist mir scheißegal, wo du bist. Oh! Im Wasser werfen ist nicht so gut. Ich muss hoch. Noch nie eine Granate im Wasser geworfen, aber jetzt wissen wir es. Funktioniert irgendwie nicht so gut. Es juckt ihn gar nicht. Es juckt ihn gar nicht. Halt's Maul da oben! In deiner scheiß Bude! Ey, sowas macht mich wütend. Sowas macht mich richtig wütend, weil ich... Da fehlt mir jegliches Verständnis dafür. Hier ist er schon wieder. Ich... Ne, ich schalte gleich diese... Diesen Motos schalte ich aus, Alter. Weil ich... Sehe, die Marke will hinrennen und kriege eine. Ohne... Weil ich nicht mehr nachdenke, oder? Man will nur noch die Marke holen. So wie jetzt. Da habe ich den Laser aber zum Glück noch nicht gesehen. Leider zu spät. Zum Glück zu spät gesehen. Hinter dir, Alter. Das interessiert deine Mutter vielleicht, aber mich nicht, wo du bist, Alter. Wundersgeschehen. Ich habe mal einen erschossen. Wundersgeschehen. 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 Halt. Es ist einfach so traurig. Jetzt dort sitzt er und schießt er den Rücken. Er sitzt immer noch da. Ist das zu fassen. Solche Taugenichts, Alter. Solche Nichtsnutzer. Kaffee. 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 Danke, Oxy. Nade ist raus. Und er macht nichts. Kommt zurück irgendwie oder was. Er sitzt immer noch hinter seinem Tresen. Junge, 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 Junge. Einmal den Tresen für sich entdeckt lässt er. Den gibt er so schnell nicht mehr auf. Machst Bretter auf, du Idiot. Komm. Wenn du zur Rezeption gehst, wirst du bedient. Nach Strich und Faden. Vom Feinsten. Ich weiß nicht. Ich habe doch richtig geguckt auf der Map. Bin mal gespannt, wo wir ihn als nächstes finden. Also, einmal da hinter seinem Blumentopf, dann in der Küche, hinter seinem Herd. Ein aufgewecktes Kerlchen war das. Er wollte wieder zu seinen Rabatten, Alter. Jetzt habe ich doch schon gesehen, dass es nichts wird, wie zögerlich er um die Ecke kam. Mist, ich wette mit euch, er sitzt wieder hinter der Ecke. Wartet, wir machen das doch irgendwo. Wir gehen mal so lang. Ich glaube, hier müssen wir auch irgendwie dahin kommen. Na gut, das ist ein Umweg. Kann sein, dass uns einer den umgelegt hat in der Zeit. Da! Ist das ein Fotzenknecht? Das kannst du dir nicht ausdenken. Boah, da kam ja regelrecht die Treppen schon runtergerutscht, wie so ein Steuerlappen. Ja, er sitzt wahrscheinlich schon wieder hinter dem Tresen, Alter. Ich weiß es nicht, ob es... Er hatte eine andere Waffe vorhin. Er hatte vorhin eine MP7 oder sowas. Und er hatte jetzt so eine P90. Es gibt also zwei von diesen Waschlappen. Ich koche innerlich. Ihr werdet es mir nicht ansehen. Aber ich koche innerlich. Das war eine knappe Kiste. Oh, ich kann ja mal hier was raushauen. Jetzt geht es aber ab hier. Eine Streak jagt die andere. Zehnerabschuss. Alter, das hatte ich auch noch nicht. Und alles nur, weil ich beherrscht bin. Die innere Ruhe selbst. Ich habe es schon. Ich wollte es dir bloß noch nicht verraten. Meine schöne Streak zerstört. Aber ich glaube, 13 waren es dann am Endeffekt, oder? So um die Drehe. Wegen so einer unfähigen Kreatur. Das ist meine schöne Streak unterbrochen worden. Oh, was machst du denn wieder so ein Wundersehen allein? Ich hole eine C. Ich habe meine Nade überlebt. Wo kam die denn? Er hängt. Das ist doch so ein Armutszeugnis. Das ist so ein erbärmlicher. Hier, dich diebäckig, du Hunde. So, Alter. Du kannst meine Eier lecken. Sowas jämmerliches. Alter. Stell dir mal die geilen Videos vor auf YouTube, Junge. Alle schimmeln bloß in ihrer Ecke. Warten auf einer, auf den anderen. Das kannst du echt nur machen, wenn du nicht irgendwie streamst. Oder dir Videos irgendwie schneidest. Weil wenn du dein eigenes Elend nochmal angucken müsstest, dann wird es... Die würden doch... Die wirst du noch selber Tränen in den Augen haben, oder? Aber soll er machen. So. Wir haben trotzdem gewonnen. Waren wir wieder bloß 5, Leute? Oder... Oder stimmt die Anzeige einfach nicht? Dave Aller! Nee, das schaffe ich nicht. Eigentlich wäre jetzt mal die nächste Waffe fällig. Nee, stimmt. Wir wollen ja die auch noch auf Gold spielen. Abschuss bestätigt. Danke dir. Danke. Das habe ich gesucht. Das verstehe ich auch nicht. Die Rückstoßkontrolle... ...hat doch was mit Präzision zu tun. Also, wenn ich den Rückstoß nicht kontrollieren kann, bin ich nicht präzise. Also, warum kriege ich da Rückstoßkontrolle gut geschrieben? Aber Abzüge bei der Präzision? Macht doch keinen Sinn! Oder verstehe ich hier was falsch?